Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ihr habt richtig gelesen. Heute gibt es ein Live-Hall. Das ist auch eine Premiere für mich, denn das ist heute das erste Mal gewesen, dass ich im Laden gefilmt habe für eine längere Zeit. Es war am Anfang doch sehr komisch, aber man gewöhnt sich an alles. Ja, ich zeige euch in diesem Video die Chibo-Abteilung, was es diesen Monat so schönes gibt. Naja, so tolle Sachen gab es eigentlich diesen Monat nicht, aber trotz allem, vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen. Dann war ich in der Backabteilung, denn jetzt steht ja bald die Plätzchenzeit wieder an und viele von euch fangen an zu backen und dann dachte ich mir, das ist doch eine tolle Idee, ab zur Backabteilung. Wo war ich noch? Genau, die Weihnachtsabteilung. Ich zeige euch die Weihnachtsdeko, was die da so schönes haben. Richtig tolle Sachen. Da hole ich auch viele meine Weihnachtsdeko, weil da gibt es auch einen Stand, einen Euro-Stand und ihr glaubt es nicht, was die für schöne Sachen haben. Aber seht gleich selbst und bildet euch ein Urteil. Dann, genau, Adventskalender. Zeige ich euch auch ganz viele, denn die haben wirklich tolle Adventskalender für Kinder und so teuer finde ich die gar nicht. Also schaut es euch an. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Ich werde in diesem Video gar nicht babbeln, weil ich denke einfach, ich habe ein bisschen Musik drauf gespielt und gut ist. Entspannt euch, lehnt euch zurück und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat oder wenn euch mein Kanal gefällt, dann lasst mir gerne ein Abo da, schenkt mir gerne einen Daumen und wenn ihr Lust habt, schreibt noch einen lieben Kommentar, da freue ich mich total. Ich würde sagen, viel Spaß mit diesem Video und wir sehen uns am Donnerstag wieder. mit dem Video Renuern wird. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.